Da haben wir noch Gäste aus Italien erwartet. Deswegen haben wir das gedreht. Jetzt frage ich, ob alle da sind. Von der Sportklasse. Oliver1955. Black Edition. Desperado. Red Baron. New Blue Diesel. Black Best. Black Gold. Gifts back. Gifts back. Gifts back? Ja. Gifts back. Gifts back. Gifts back. Gifts back. Gifts back. Es ist eine fantastische Orte, die mit Hans-Mann aus Hessen gekämpft wurde und sein Motto ist klaglich kämpfe. Redburn aus Schleswig-Holstein, der Lokalmacher vor, hier in Hamburg. Und er kämpft auf der Hinterachse mit einem großen Gang Richtung 90-Liter-Marke. Ei, 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 er ist spontan. Ja, die brüllige Mitte, genau hier oben, also wenn ich die Bahn hochgehe, ich kenne hier fast alle, die hier sind. Es ist wahnsinnig fantastisch. Schleswig-Holstein Und der Sandkopf ist nach oben. Der Rundfall ist in Führung. Das ist der Rundfunker, das ist der Rundfunker, das wird ich abgesehen. Nur einmal 15, Kampfsrugel, das ist der Rundfunker. Rundfunker, das war ein Rundfunker, das war ein Rundfunker. Das ist der Rundfunker, 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 das ist der Rundfunker. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Es bleibt nur noch die Frage, wie ihr landet, denn der Oliver ist der letzte Startler hier im Brunner. Da kommt der Sieger von Bleckwies, Arndel Wienerhöft, einen riesen Applaus, 31 Meter, Contested! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020